so freunde herzlich willkommen zu let's play black ops 2 multiplayer heute mit dem specki sag mal hallo ja den hatten wir ja schon mal dabei beziehungsweise hat mich umgebracht kleine drecksau so wir spielen hardcore sag noch schnell mal deine punkte serien also ich hab dabei die drohne den blächerkontitan heli alles klar was hat mir ich ich habe jetzt drohne hellstorm aga mal gucken so herrschaft erstmal eine runde stand auf würde ich sagen oh ja ja auf jeden fall so freund und ich bin ein bisschen müde ich weiß nicht wie es dem specki geht aber mir so wollen wir den deutschen dabei no risk ich gucke mir eigentlich nie die emblemes an ich gucke mir die kd an oh der 1,2 9er quatsch der boss also wieder gut so center of herrschaft hardcore also läuft ich finde die tipps immer so scheiße im menü punkte serien können sie bis zu drei punkte serien wählen agr und geschützt punkte serien werden automatisch gesteuert sie können aber auch die kontrolle übernehmen das ist schön zu hören aber das ist für mich wichtiger als was man sowieso schon weiß ja genau ich bin ich nicht so was nehmen wir mal erst mal die m27 auch direkt bei a gespawnt ja nice hat die spawne ja gar nicht so eine scheiße also sonst brauche ich immer so zehn sekunden bis ich drin aber das erste ok kontrolle so wie sieht es denn aus bei a ich bin schon wieder hier angespannt hochzehnte ok ich gehe hinten zehren ich bin bei zehn nein warte fack komm zu c wir machen c klar ich habe den umgebracht weil ich habe gerade geschossen und der ist vor mir gelaufen so ein ochse da kann ich auch nisch dafür wenn die mir dann vor die frinte laufen wenn ich schieße vorsichter hinten sind welche die kommen jetzt hinten rum zack einer da war noch einer glaube ich ne sonst sind keiner auf ihr verblieben weh deinem armee nein bei a sind sie bei a da bin ich bin gravier gespawnt alles klar ach scheiße ey man wo sind denn die gegner ok drohne ok die kommen gleich hier durch glaube ich ja vorsichter no risk hat eiskalt oder wie auch immer kalt riecht hab ihn blödschlag und und herstern nein 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 oh mann ich gehe über b jetzt mal ich gehe ich gehe mitte oh da ist einer mit dem schild oben auf dem dach bei a fuck ja läuft doch alter ich gehe direkt ein double kill nein nein nix an mein freund ey no risk alter geh dich mal vergraben beförderung supi scheiße mitten bei a alle mitte alle alter das kann doch gar nicht sein es kann nicht sein wie kann der mich da sehen wo bist du tot hinter dir ja ganz wenig hinter dir alva wir müssen die runde auf jeden fall gewinnen das steht fest warum ja oh die sind bei der tanke hier ja guck dir ja hinten bei der tanke sind sie alle oder einer ja ich bin spieler tot ja guck der no risk alter was ist das für einer mit der mit der ein scheiße die beste waffe ever äh kämmt einer bei c kämmt einer bei c im haus oben na da gehst du gerade rein ja nee warte hab ihn gerecht ey wer war'n das ey du schluckst recht nein ich bin tot ok nein nein der no risk hat mich geholt ich bin letzter kill ey guck guck dir diesen skiller an guck ihn dir einfach an boah skiller mach aber auch nur bei hardcore mach aber auch nur bei hardcore ach ne so los geht's jetzt wird es jetzt muss es mal mit werden ja komm schneller schneller ok hinten ok du rennst richtig alles klar ok wenn jetzt der no risk hier kommt ey ich schwöre was nein das war aber nicht der no risk ja natürlich keine grenade bei man ich auch nicht manometer hier ist aber keiner ich geh hoch ins haus c oh da kennt einer ok ich hab' ich hab' ich hab' glaub ich mit der no risk ey äh ne ja verlieren a ja wir verlieren aber sehr schnell jo komm mal c da kennt einer fuck und es war der wer der ich bin hinter dir scheiße er hat tauli er hat tauli halt im leben halt tauli ey man no risk alter was bist du denn für einer ich geh' dich doch vergraben halt ohne scheiß jungen aber am liebsten würdest quitten da ohne scheiß äh die kriegen bravo die haben bravo ja nein junge junge das kannst du mir nicht anbieten das kannst du mir nicht anbieten halt das ist aber nicht der no risk das ist der andere vorzitter jetzt hat der no risk schon wieder geholt alter der camper vorsicht die kommen die sind nein nein mich holt ihr nicht nochmal scheiß die wand an ey ich bin hinter dir nein natürlich ne flasch nicht alter solch mir doch die klöten hier kleiner schluck fest ohja obi wer hat den obi keine ahnung na wir verrecke das kann nicht wahr sein boah das war jetzt richtig schlecht udo richtig schlecht udo was für ein no skiller was für ein no skiller nein laber kein ey man guck dir doch meinen score an alter ich hab einen 9 zu 25 alter das war auch schon mal besser auf jeden fall wa ja komm alter spiel mit scorpion alter bob obi weg das war scheiße wir san sie san die weg seine drohne mann no meter komm gerne wir uns einfach mal die scorpion was schmiede orbi alter laber na du schluck 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 wie gefällt dir das Wie man das ausspricht, kriegt die auf den Sack. Fjubst. Das kann nicht wahr sein. Nein, 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 nix da, mein Freund, nix da, nix da. Junge, ich war kurz vor Drohne, Alter, du Mist geworden. Kurz vor Drohne. Pass auf, der haut jetzt wieder ein Orbi raus, Alter. Na, wollen wir hoffen. Nee, Drohne, nur Drohne. Hey, Mann, hey, guck, ich bin schon hier der letzte Kid. Ey, was ist das? Guck ihn dir an, guck dir den Skinder an. Und ich war hinter dem, ich war hinter dem. Und hätt den fast noch... Bam, ja, du bist ja bester, Alter. Heilgeil. Wat für ein Scheiß, Alter. Noch ne Runde, oder? Na, aber andere Lobby, der geht mir auf den Sack. Auf jeden Fall, ja, dann in Oris, Alter. So, Blendgranate, Lasermarkierer, war ja alles nicht. Los, raus, 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 raus. Alles klar, Freunde. Nächste Folge. Alter, ich bin müde. Ich muss weglaufen. So, Leute, jetzt komm, mach du mal ne ordentliche Verabschiedung. Jo, haut da rein, Jungs. Vielleicht sieht man sich, vielleicht, oder... Ja, ihr wisst, was ich meine, man sieht sich oder hört sich wieder. Haut da rein. Ja, jetzt glaube ich, wir sehen uns nächste Folge. Bis dann, tschüss. Outro. 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 Bis zum nächsten Mal.